Guten Abend, zu keiner hilft keinem, ein Abend, eigentlich steht zu Jörg Schlick, aber mir ist das jetzt irgendwie so in den Sinn gekommen, fast zu sagen, für Jörg Schlick, da darf man vielleicht später noch zu sprechen kommen, also was man das Erbe von Jörg Schlick bezeichnen könnte. Die Veranstaltung heute steht in einem gewissen Zusammenhang mit unserer aktuellen Ausgabe, die den 80ern gewidmet ist, also die aktuelle Ausgabe des Spike-Bringt-Ausgaben, die den Schwerpunkt in den anisessischen Ländern hat, also nicht ausschließlich die norderlandische Welt berührt, aber schwerpunktmäßig, und wir haben uns entschlossen, die deutschsprachige Welt exklusive der Schweiz, also jetzt mal Deutschland und Österreich, in Form von Veranstaltungen für sie nachzureichen. Und die erste Veranstaltung war vor einigen Wochen zur Linie Köln und Wien, mit Peter Bakisch, Kaspar König und Dietrich Dietrichsen, und heute eben zu Jörg Schlick mit Sandro Droschel, der zusammen mit Christian Egger die Retrospektive 2015 am Künstlerhaus in Graz produziert hat, und dieses Jahr gemeinsam mit Helene Romarkin, Studioraum Jörg Schlick, eine Archivausstellung, die dann, wie soll man sagen, diese gemeinsame Anstrengung, kann man sagen, die dann in diesem Katalog gemündet ist. Lena Braun, Künstlerin und Kuratorin, die eine, wie soll man sagen, Gen-Loge sagen, Parallel-Loge, mit Gen-Loge, zur Lord-Gym-Loge, die Jörg Schlick initiiert hat, aber die später noch mehr Lörnerin gegründet hat, die Queen Barbie-Loge. Pendant haben wir immer gesagt, Pendant. Und Christian Nagel von Nagel-Braxler, wo in Köln gerade die Schau Jörg Schlick zurück in Köln läuft und die eine gemeinsame Geschichte mit Jörg Schlick hat, die bis in die 80er zurückreicht und auch Logen-Mitglied ist, wenn das hier in den Angaben steht. Das ist richtig, ja? Yes! Ja, los geht's. Jörg Schlick, ein Einstellungsgespräch, herausgegeben von Martin Kippenberger, Zirkusdirektor. Was? Ich frage Sie jetzt schon zum zehnten Mal, was können Sie? Artist, Sie sind gut. Sie fragen mich, was ich kann. Ja, sehen Sie das nicht? So blöd kann man gar nicht sein, Nein, Zirkusdirektor. Nun mal halblang, Sie wollen doch in meinem Zirkus arbeiten. Sie sehen die Welt total falsch. Nicht ich will in Ihrem lächerlichen Zirkus arbeiten, sondern Sie suchen den besten Artisten. Und der bin ich. Woher wissen Sie das? Weil ich alles weiß. Sie wissen alles. Ja, sehen Sie denn nicht, dass ich alles weiß? Alle wissen, dass ich alles weiß. Nur Sie wissen nicht, dass ich alles weiß. Sie sind mir ein Früchtchen. Was soll ich mit Ihnen, wenn Sie nicht einmal das Einfachste wissen, dass ich alles weiß? Das weiß schon jedes Kind im Mutterleib. Ich glaube, Sie sind ein bisschen verrückt. Ich und verrückt? Wie reden Sie mit mir? Haben Sie keine Kinderstube? Artist zieht eine Pistole. Hände hoch! Zirkusdirektor hebt die Hände. So, jetzt redet es sich schon viel leichter. Noch ein dummes Wort von Ihnen und ich erschieße Sie. Schauen Sie mir genau in die Augen. Was kann ich? Verzeihung, aber Hände umlassen. Verzeihung, aber Sie schauen es irgendwie sehr dumm. Wie der größte Dummkopf aller Zeiten. Richtig, denn ich bin der größte Blickimitator. Und wer ist der größte Dummkopf aller Zeiten? Na, wer ist der größte Dummkopf? Denken Sie genau nach. Bin ich es vielleicht? Nein, Sie sind nur der zweitgrößte Dummkopf. Wer ist der größte Dummkopf? Vielleicht Sie? Der Artist schießt dem Zirkusdirektor eine Hand weg. Ich sagte doch, keine Frechheiten. Ich bin der größte Blickimitator. Der Zirkusdirektor schaut auf seine Wunde. Es blutet sehr stark. Macht nichts. Wer ist der größte Dummkopf? Ich weiß es wirklich nicht. Gut, diesmal glaube ich Ihnen. Jetzt schauen Sie aber, wie ein Igel-Artist lacht. Warum lachen Sie? Ich lache immer unter meinem Niveau. Blicken Sie nicht wie ein Igel? Nein, jetzt blicke ich wie ein Gänseblümchen. Sie ausgebohrt von Schwachsinn. Wieso erkennen Sie das nicht? Ich bin doch der größte Blickimitator aller Zeiten. Ich gebe Ihnen noch eine Chance. Wie blicke ich jetzt? Wie Rospero. Jetzt schieße ich Ihnen aber das rechte Auge aus. Artis drückt ab. Das tut aber weh. Wer glaubt sich, ich sitze zum Vergnügen da. Time is money. Und wehe dem, der versucht, mir meine Zeit zu stehlen. Das verstehe ich ja, aber das ausgeschossene Auge tut verdammt weh. Bappalabapp. Ein ausgeschossenes Auge kann gar nicht wehtun. Vielleicht tut Ihnen nur Ihr linkes Auge weh. Sie gehören wahrscheinlich auch zu dieser Sorte von Menschen, die rechts und links verwechseln. Übrigens, jetzt kann ich herrlich durch Ihren Schädel durchschauen. Aber im Winter wird es ziemlich durch das Loch ziehen. Da werde ich mein Hirn verkühlen. Im Winter verschließen Sie es einfach mit einem Sektkorken. Das ist eine gute Idee. Dankeschön. Ich weiß, ich kann auch sehr lieb sein. Nun weiter. Wie blicke ich jetzt? Wie Helmut Kohl. Diese Birne will ich nie imitieren. Denken Sie da rasch nach, wenn ich bitten darf. Wie ein Ostfriese. Das ist wieder eine von Ihren hinterhältigen Gemeinheiten. Ich blicke wie ein Österreicher. Na, Sie werden schon noch sehen, wie weit Sie mit mir und Ihren Frechheiten kommen. Also, wie blicke ich wie Mozart? Mozart war kein Österreicher, sondern ein Augsburger. Das weiß aber niemand. Da lasse ich Mozart gelten. Und wie blicke ich jetzt? Wie ein Schachtel Malbro. Richtig. Wie haben Sie das erraten? Sie schwitzen wie Martin Kimberger in einem amerikanischen Nichtraucherflugzeug. Und jetzt? Wie Mutter Teresa. Nein, wie Lady Di. Die soll mit neun entjungfert worden sein. Artist. Woher wissen Sie das? Prinz Charles war eben bei mir und hat sich um die Stelle eines Clowns beworben. Bei dieser Gelegenheit schüttete er sein Herz aus. Er erzählte mir alles. Am meisten leidet er darunter, dass die Piep der Lady Di so riesengroß sei und dass sie sich nie wäscht. Sie stinkt entsetzlich und wechselt ihre Unterwäsche nur alle drei Monate. Das finde ich aber geil. Ich glaube, ich werde mich um sie etwas kümmern müssen. Und wie blicke ich jetzt? Wie Münchner Maiswürste. Wie Jean-Paul Sartre, Sie Idiot. Und jetzt? Wie Arnold Schwarzenegger. Jetzt waren es die Münchner Weißwürste. Und jetzt? Wie Jimi Hendrix. Nein, wie Lord Jim, Sie Ligastheniker. Und jetzt? Wie Karl Dahl. Nein, wie Günter Grass. Das ist doch kein Unterschied. Beide wissen, wie man es richtig macht. Schwachsinn. Nur ich weiß, wie man es richtig macht. Und wie blicke ich jetzt? Wie ne Filzlaus. Nein, wie Hermann Nietzsch. Das ist eine Rehblaus und keine Filzlaus. Und jetzt? Wie Claudia Schiffer. Nicht schlecht. Die Richtung stimmt. Aber es ist nicht Claudia Schiffer. Sondern es liegt mir auf der Zunge. Sie kommen dem Ganzen schon sehr nahe. Was liegt auf der Zunge? Schmeckt nicht wie Claudia Schiffer. Ich weiß es nicht. Die Bloody Mary natürlich. Richtig. Und wie blicke ich jetzt? Wie Albert, nicht Ölen, sondern Schweizer. Albert Ölen und Albert Schweizer haben zwar die selbe Frisur, doch blicke ich weder wie der eine, noch wie der andere. Nun sagen Sie schon, wie blicke ich jetzt? Wie Tony Seiler. Nein, wie Bob Marley. Der hat sich aber nie frisiert. Es geht auch um den Blick und nicht um die Frisur. Denken Sie doch mit, Herr Direktor. Und wie blicke ich jetzt? Wie James Dean. Nicht wie James Dean, wie Hubert Kickol. Wenn Sie weiter so unkonzentriert sind, schieße ich Ihnen die Ohren ab. Und wie blicke ich jetzt? Wie Susan Sante. Nein, nicht wie Susan Sante. Viel, viel peinlicher. Wie Jörg Schlick. Jetzt schieße ich Ihnen aber das Herz heraus. Drückt ab. Wie lebt es sich ohne Herz? Ziemlich herzlos. Sie waren immer schon herzlos. Wie Sie mich behandelt haben. War ein Skandal. Bekomme ich jetzt die Stelle? Natürlich, Sie sind der Größte. Richtig. Keiner hilft keinem. Jawohl. Ich kann Sie mich ganz in der Ruhe lassen. Ich wollte Ihnen bitten, dass du kurz den Grazer Boden oder Bühne von Schlick skizzierst. Weil ich denke, dass das für das Verständnis der Arbeit von Schlick entscheidend ist, dass man sich ein wenig in der Grazer, sondern dass man Kultur-Geregrafie auskennt. Und in einer bestimmten geschichtlichen Bahn, die die Stadt seit den 60ern in Österreich genommen hat. Jörg Schlick war zu manchen wie beispielsweise Didi Ideson zuerst bekannt als Musiker. Anderen wieder war er bekannt als Schriftsteller. Anderen wieder als Bühnenbilder. Als Kurator, als DJ, als politischer Mensch, als Protagonist einer Szene, die dadurch eben eine Szene wurde. Als Figur, die Költen mit Graz verbannt, als Einladender von Künstlerfreunden und Freundinnen um Martin Kippberger, Albert Wöhl, Michael Krepper, und als Mann des großen Herzens, der letztlich es geschafft hat, eine eher konservative Stadt, die gleichzeitig eine Universitätsstadt ist, eine bürgerliche Stadt, die sich liberal denkt und sieht, mit zeitgenössischer Kunst in den 80er Jahren im Besonderen vertraut zu machen. Insofern war Schlick eine Art Medium, ein darin Vorreiter und vielleicht auch Vorbild für viele heutige junge Künstler und Künstlerinnen in einer Figur des Poliartisten und des politischen Menschen, der die Funktion der Kunst zentral sah, aber zeitgleich auch als Beschäftigung und als Agent dieser aktiv war. Insofern durchlief Jörg Schlick in Graz zahlreiche Institutionen und zahlreiche Funktionen. Dazu kann aber sicher auch Christian Nagel vieles berichten. Jörg Schlick war sicherlich kein talentierter Jungkünstler, der nicht mehr aus dem Atelier herausging und Kunst produzierte. Er studierte Kunstgeschichte bei Wilfritz Kreiner, der auch der Museumsdirektor im Lande war. Und er wollte an die Kultur und Kunst herangehen, aber sein primärer Weg, wie der Sandro Stroschel schon einschlägig auch erklärt hat, war ein interdisziplinärer und es war auch ein Weg über Personen. Was ganz wichtig war, war seine Tätigkeit als Kurator vor dem Stadtpark. Ein kleines Ausstellungsinstitut, das eigentlich aus dem steirischen Herbst von der Literatur heraus rekrutiert worden ist. Hier machte Handke seine Publikumsbeschimpfungen, hier operierte Wolfgang Bauer und viele, viele andere. Und Schlick wusste, er hatte keine Chance, aber er musste das, was er wieder fuhr, aufnehmen und er musste das nutzen. Und die erste Ausstellung, die dort war, war von Dietrich Dietrichsen organisiert im steirischen Herbst-Ausgruppen-Ausstellung mit Jutta Köter und Roberto Ort und anderen Sachen. Die zweite war Brocken Neon von Martin Kippenberger, das war die Ausstellung, wo der gesamte Raum bis aufs letzte mit Skulptur vollgestellt war. Neon war den Flavin, Neon war minimal, Brocken Neon war antiminimalistisch und eine Rumpelkammer. Und da haben ungefähr 20, 25 Künstler teilgenommen, auch sehr gute. Da war Moha, da war Meuser, da war Albert Böhm oder Werner Büttner mit dem Fußballer etc. Und das war die zweite Ausstellung. Als dritte Ausstellung kamen wir als studentische Galeristen aus München. Und man ruht uns ein, eine Ausstellung zu machen im steirischen Herbst. Und wir waren eigentlich völlig irritiert, aber auch begeistert und auch etwas geschmeichelt. Und wir haben dann die Ausstellung International Landscape gemacht. Da war Kossel dabei, da war den Graham dabei, da war Frieda Mahli dabei, da war David Roberts dabei. Also wir haben diese afrikanische postkonzeptuelle Kunst, die auch dann in meiner Galerie später mit Maske zur Debatte stand, in Graz erstmals festgestellt. Und der Jörg Schnitt war immer dabei und er hat nicht nur die halben Jähnchen geholt, wenn keiner mehr weiter musste. Damals hatte ich auch die erste Erfahrung mit Red Bull, das war ein Getränk, das war damals in Deutschland noch verboten. Und der hat uns das alles reingesteckt, weil wir hatten um 5 Uhr früh die Zollbeschauung, weil wir Fehler gemacht hatten. Und hätten wir nicht um 5 Uhr früh die Zollbeschau gemacht, wären wir überhaupt nicht mehr fertig geworden. Also das war so die kleine Beschreibung der Arbeitsweise. Und der Strick, der ja auch Bilder machte, in der Mitte sehen wir eine Arbeit, keiner hilft keinem, Sicherheitsglas mit Draht verstärkt, das er eingeschlagen hat. Das sieht so aus, als hätte da jemand durchgeschossen. Dann hat das völlig widersinnig mit Klebeband abgeklebt, was ja diese Löcher überhaupt nicht abdecken oder schützen kann. Und hat dann einen Rahmen drum herum gemacht. Oder auf der rechten Seite Flattung aus dem Morse-Alphabet oder auf der linken Seite Bilder mit Silberfolie von 84. Also er konnte diese Geschichten mit der Bildproduktion machen. Was bei ihm immer wieder durchstieß und durchdrang, war die Tatsache, dass er dem Einzelwerk keine so richtige Bedeutung zumessen wollte. Vielleicht auch deswegen, weil er mit der einzelnen Position auch nicht unbedingt zurechtkam. Und deswegen hat er immer gleich 50 Bilder gemacht oder 30 Bilder gemacht oder 20 Bilder gemacht. Und das war Jörg Schlick und das jetzt mal einfach zur Einführung. Vielleicht was ich ergänzen kann, weil ich mich von außen her nach Graz begeben habe und mich ein Jahr lang oder ein bis zwei Jahre eingearbeitet habe. Sowohl die Graz-Kulturlandschaft und die Kunstszene und auch Jörg Schlick. Vielleicht was hier noch nicht erwähnt worden ist, dass er auch nicht nur seinen Blick nach Köln und Wien hat, aber auch einer der Ersten die Kollaboration mit Sarajevo, Zagreb und auch Italien realisiert haben. Und was vielleicht aus dem vorgelesenen Buch auch zeigt, dass er auch sehr provozierend war und inzwischen eine Art Legende ist und Personenkult, sie nicht unbedingt nur positiv besetzt ist, sondern auch sehr kritisch. Und das ist ja auch vielleicht, was Lena erwähnen kann, diese Auseinandersetzung war. Durchaus auch sexistische Positionen, die zwar kritisch gedacht waren, aber vielleicht nicht immer umgesetzt. Da könnten wir wieder auf die Login-Lose zu sprechen kommen, die nur als Männerbund funktioniert hat und keiner Frau angehörig war. Ja, also ich habe Jörg kennengelernt durch Lisa und Wilfried, die auch heute hier sind und ich fand ihn irgendwie niedlich. Also er hat mich an Diego Riviera erinnert und ich dachte dann heimlich immer, das ist mein Frosch. Ich fand ihn einfach faszinierend. Und aus dieser persönlichen Faszination ergab sich dann eine Korrespondenz. Und aus dieser persönlichen Korrespondenz ergab sich dann die Queen-Body-Lose. Und das war eigentlich ein sehr persönlicher Witz und mit Sexismus hatte das für mich überhaupt nichts zu tun. Aber natürlich, die Rezeption fand das unter diesem Aspekt sehr spannend. Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Aber ich kann sowieso nur was sagen, wenn man mir Fragen stellt. Ansonsten finde ich es schwierig. Also zurück. Naja, okay. Ich habe eine quasi Doppelfrage. Wie muss man sich diesen Logen-Alltag, die Lord-Gym-Loge, also Mitte der 80er Jahre, ich denke nach einer Ausstellungseröffnung und im Bezug einer Ausstellungseröffnung quasi gegründet worden. Deren Motto ist eben, keiner hilft keinem. Also wenn ich ganz schnell gefragt würde, gibt es denn eine Arbeit in der österreichischen Nachkriegskunst, die sowas historienmalereihaftes hätte. Dann würde ich sagen, es ist die Lord-Gym-Loge. Wenn man Österreicher ist, auch Deutsche werden das Wort Freunde der Wirtschaft kennen. Also das ist natürlich auch in Deutschland ein bekanntes Phänomen. In Österreich funktioniert das ganze Land so. Und deswegen ist natürlich die Lord-Gym-Loge so eine ironische Brechung, die das einfach auf den Punkt bringt. Es gibt ja in jedem Land, dass ich vielleicht Onkel Rudi von Richter kann beim besten Willen kein Hakenkreuz erkennen oder die Wirtschaftswerte von Bauer, also so in die Richtung. Und mich würde noch interessieren ein spezielles Projekt, auch später noch, dieser Lord-Gym-Loge in Singapur. Aber wie muss man sich, Christian, den Logen-Alltag vorstellen? Also die ganze Loge auf gut bayerisch war Krampf, weil es keinen Logen-Alltag gab, es gab auch keine Aufnahmelituale. Das mit den Frauen war vielleicht etwas ungünstig. Der Schnitt meinte, er müsste das so machen, damit er mehr Gegenwehr bekommt. Der Alltag bestand eigentlich in dem Gleichen, was die Herren und Damen eigentlich häufig tun, wenn sie in Graz in die Wirtschaft gehen, nämlich trinken. Und in diesem alkoholseligen Gedöns wurde dann irgendwann mal gezeichnet und der eine zeichnete die Sonne. Der zweite machte den Hammer drauf und der Wolfgang Bauer musste dann noch den kleinen Busen da unten hinzeichnen. Und dann war ein Logo geboren, was der Schlick am nächsten Tag schon verloren hatte. Und er hatte aber den Termin beim Drucker für die Ausstellung beim Leipossi. Und dann hat er irgendwie nochmal nach Hause und hat alle Taschen umgedreht und hat nochmal geschaut. Und dann hat er diesen kleinen Zettel mit diesem Logo, was er ja weltbekannt machen wollte. Ich meine, das Logo hat einen kleinen Nennwert in der Kunstwelt und ansonsten ist das irgendein Viertelfanz. Also das Logen-Ding als Thema war irgendwie ein Arbeitsinstrument. Die Singapurreise war eine Arbeit, die eigentlich vielleicht am meisten Sinn machte, dass man nämlich sagte, wer eine Kulturreise vom Staat bezahlt kriegt, ist eigentlich irgendwie der Nutznießer vom Staat. Und dann hat der Staat die Reise ja auch nicht mehr mal bezahlt, weil das zu offen ausgedrückt worden ist. Und ein Logo-Schulalter gab es nicht. Man hat dann einen Stempel bekommen, den Stempel konnte man irgendwo drauf tun. Da hat dann natürlich jeder seine ersten fünf Briefe mit dem Stempel versehen, aber dann ist der auch in der Schublade verloren gegangen. Das Thema war aber, wie du gesagt hast, jeder, der irgendwie im Graz, in der Kulturwelt etwas zu sagen und zu schaffen hatte, war entweder bei den Freimauern oder bei Rotary oder bei irgendwelchen anderen Dingen. Also dieses Pub-Wesen, das war Existenz. Und darauf war die Silvergym-Loge eine einzige Persiflage. Und die meisten haben sich ja auch gar nicht mehr, nachdem sie quasi aufgenommen worden sind, oder aufgenommen worden sind, damit beschäftigt. Und das war kein großes Thema, außer diese Behandlung, wie sie der Jörg Strick mit dem Zeichen in seiner Kunst gemacht hat. Die Queen Barbie-Loge ist jetzt sieben Jahre, 92 in Berlin, also unter ganz anderen Umständen von dir gegründet worden. Was hat dir dann daran interessiert, eine Loge zu gründen? Und wie sah dann bei euch der Logenalltag aus? Also ich hatte nie vor, eine Loge zu gründen, sondern Jörg meinte, die Frau muss in die Loge, aber die lassen ja keine Männer, Frauen rein. Und daraus ergab sich dann halt diese Geschichte, dass es jetzt eine Frauenloge geben würde. Der Logenalltag sah so aus, dass die Frauen, die aufgenommen wurden, genauso wie das irgendwie bei den Männern war, sich nicht weiter darum gekümmert haben und ich fleißig Zentralorgane gebastelt habe, die auch heute noch existieren. Das heißt, es waren im Prinzip 64 Kunstwerke in einem Bildband. Also man kann so eine verlehrische Kunstbuchproduktion machen. Ich weiß nicht, die Männer hatten Zentralorgane und wir auch. Ja, ja, also nur, dass man sich unter dem Zentralorgan das vorstellen kann. Das waren so kleine Heftchen. In Österreich wurden die vom Staat bezahlt, aber wir haben das in Coffee Art gemacht. Jedes dieser kleinen Heftchen Zentralorgan wurde von einem oder zwei Künstlern gestaltet. Und da gibt es, wie bei den meisten Publikationen, besser gelungene und auch nicht so gut gelungene. Aber bei einigen konnte man schon auch gut lachen und konnte sich an dem Produkt erfreuen. Ich meine, der Klepper hat natürlich die ersten 35 Seiten den Markus Klüppers den Kopf weggeschnitten. Das ist ja so seine Form von Humor. Und der Kittenberger, der hat dann zum Beispiel die Hochzeit von Rosemar von Bonin und Krepper im Pfuschel Hotel bei Salzburg produziert. Und das war dann so wie die Bunte. Wer ist gut? Wer war da? Ja, also das sind auf jeden Fall alles Dinge, da, ja, es ist ganz schön, dass es die gibt. Wenn es sie nicht geben, geht die Welt auch nicht unter. Aber es ist in keiner Form, irgendwas verfänglich ist. Ehe, was in dieser No-Chim-Rusche wirklich passiert. Ich glaube, was man ergänzen kann, ist auch, dass Jörg Schlick mit Marzen Kittenberger nicht nur sehr gut befreundet war, sondern auch mit ihm auch Projekte umgesetzt hat. Und in dem Sinne ist das Logo, glaube ich, auch weltweit bekannt geworden, Postum nach Kittenbergers Tod, als es auf der Documenta in der U-Bahn, als U-Bahn-Eingang sozusagen, akizematisiert worden ist, am Werk von Marzen Kittenberger. Und später hat Postum nach Jörg Schlicks Tod von der Gruppe Monochrom tatsächlich auf einer Coca-Cola-Flasche gedruckt worden ist, als Spezialisation und dass es eben somit wurde das Werk vollendet, das auch Jörg Schlicks Wunschweiß, berühmt als Coca-Cola, zu machen. Ich esse gerne so. Die Flasche habe ich auch zu Hause, sie sind sehr hübsch. Als Sie hier 2015 die erste, also die retrospektive, Macht hat, was war neben den äußeren Handlersgründen? Zehn Jahre nach Jörg Schlicks Tod, der 2005 verstorben ist, und dem damaligen Motto des steuerischen Herbstes, Heritage, also Erbe. Es ist immer die Frage, was bleibt, für eine Gegenwart und für eine Zukunft, für euch der zentrale Grund, warum ihr dieses große Projekt dann unternommen habt, mit einer letztendlich Doppelausstellung und einem Katalogprojekt. Also anders gesagt, das ist ein antiquarisches Interesse, und man muss dazu sagen, das Kunstlerhaus ist ja keine Sammelndeinstitution, wo so eine antiquarische Beschäftigung mit der Vergangenheit quasi zum Programm ohnehin gehört. Zum einen war der Grund ein pragmatischer. Über zehn Jahre nach Jörg Schlicks Tod war die Situation derart schon ein bisschen angespannt, dass die Gefahr bestand, dass das Werk zu wenig gesehen wird, dass es etwas vergessen wird, und dass quasi ein großer Sohn der Stadt und des Landes Badu zu gehen scheint. Dies lag auch daran, dass es einen Streit unter Erben gab, wie so oft, den wir doch ein bisschen das Glück hatten zu entschärfen, und das lag vielleicht auch daran, dass wir die nächste Generation sind, die Jörg Schlick zwar noch persönlich kannten, aber nicht involviert waren in die 80er Jahre, nicht involviert waren in die angesprochenen Kunstszenen und Netzwerke, aber vielleicht nicht zuletzt angeregt durch einerseits Produktionsweisen, die wir danach bei jüngeren Künstlern und Künstlerinnen wieder erkannt haben, die quasi wieder en vogue kamen, und durchaus auch auf Figuren wie Jörg Schlick verwiesen, auf ihn wieder verstärkt gestoßen sind, und auf der anderen Seite mit der Position von Schlick in seiner Darstellung des Umgangs der Person mit dem Werk, mit der Gesellschaft und mit dem Nachdenken über die Künstlerschaft ein aktuelles Bild von einer Produktion erkannt haben. Daneben muss man aber auch sagen, dass es ein wieder erwachendes Interesse in den 80er Jahren gab, und durchaus auch Positionen in der jüngeren Kunsttheorie gab, die indirekt darauf verwiesen, ich will jetzt hier nicht groß auf David Jocelyn und Painting Beside hinweisen, aber ich würde sagen, dass viele der besagten und integrierten Künstlerinnen haben, 20 Jahre danach die Bezüge auf die Vergangenheit eigentlich zu wenig erkennen ließen, was im Besonderen in isolierteren Szenen wie Graz oder, keine Ahnung, Barcelona durchaus Folgen hat. Darauf wollten wir hinweisen. Und nicht zuletzt war es eine große Freude zu sehen, dass nach wie vor wesentliche Protagonisten der Szene wie Diedrich Diedrissen, Jutta Köter, Isabel Graf, um ein paar zu nennen, kann eine Figur wie Schlick nach wie vor hochhalten. Und auch hier von Spike die 80er Jahre im aktuellen Heft wieder in den Blick genommen haben, das hat natürlich alles auch seine Gründe. Ein Grund dafür ist möglicherweise Jörg Schlick und Seinberg. Ich glaube, dass der Grund vielleicht eher der ist, dass keiner mehr weiß, wo es hingeht. Und dann sind so retrospektive Geschichten irgendwie gar nicht schlecht. Ich will jetzt nicht sagen, damals war das so und so und heute ist es nicht mehr so und so. Aber es gab damals Ansätze, die nicht nur in einem staccatohaften Hintereinander von Künstlerabwicklungen existiert haben, sondern da gab es Lebensentwürfe, die zum großen Teil auch an, sagen wir mal, große Persönlichkeiten oder auch mittlere Persönlichkeiten gebunden waren. Und die haben über ihren Tellerrand hinaus etwas entworfen und etwas vorgegeben und das wurde auch gelebt. Ob das jetzt die Feste von Gittenberger waren, wo 300, 400 Leute in den Schwarzwald fuhren oder ob das die Veranstaltungen von Schlick in Graz waren oder irgendwelche anderen Dinge, ja, wenn Call in the Land und Pettern irgendwie was gemacht haben. Da war das nicht immer nur diese Abfolge von Waren und nicht die Abfolge von irgendwelchen Behauptungen, wo dann immer hier oben steht, let me participate, ja, sondern das waren einfach auch menschliche Zusammenkünfte, die auch noch mehr funktioniert haben, als es mir heute erscheint. Es kann aber heute sein, dass ich mit meinem alten Schädel das nicht mehr so mitkriege und vielleicht auch nicht mehr zu diesen Veranstaltungen eingeladen bin oder sich mitverfolgen kann. Aber damals waren das einfach Dinge, die waren über reine Kunstproduktion, Ausstellungstechnik usw. etwas hinausgedacht. Und das war eigentlich ganz schön, weil da hatte man dann gewisse Wärmezufuhr, wenn ich das jetzt mal, die eigentlich schön sind, wenn es sie gibt, heutzutage in Berlin. Das ist immerhin, wer zeigt wo und wie und was und bum 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 bum, was kommt als nächstes. Und dann fahren wir wieder nach Meil in die nächste Woche und dann müssen wir wieder hier hin und da hin. Das kann man alles bewältigen, gar kein Problem. Aber da waren andere Lebensbilder und Kunstbilder dahinter. Und das ist etwas, was mir heute manchmal, wenn geiten, weiß ich nicht mehr, wer das ist und sonst. Genau. Und mir geht es, obwohl doch einige Jährchen jünger, ähnlich. Auch ich sehne mich nach dieser bisschen Nestwärme zurück, die im übrigen Grad damals auch stark ausstrahlte. Und das hat nach innen wie nach außen funktioniert und da waren genau solche Figuren dafür entscheidend. Es geht um Zusammenhänge, es geht um die Verbindungen und es geht um Haltungen. Und davon sind wir nach wie vor auch in unserem Ausstellungsgeschehen beeinflusst von dieser Geschichte. Und deshalb wollen wir sie auch ein Stück weit hochhalten, daran erinnern und weiter daran stricken, wenn möglich. Ich würde dir sagen, dass es von den 80ern und 90ern rein, weil ich habe immer den Eindruck, also ich habe 89 in Wien zu studieren begonnen an der Universität Philosophie und an der angewandten Lehrkanzlerin damals, die große, große Theorieabteilung, und ich habe die 80er Jahre gerade noch erwischt von einer sozialen Energie in der Kunst her. Und die war halt von, naja, von so Frauenesgruppen bestimmt, wenn nicht auch beherrscht. Also das hatte ja auch was gleichzeitig Eines. Man konnte ja auch selber eine gründen und auch den Herrschenden eine einschimpfen. Ja genau, aber vor allem genau so. Deswegen hatte damals in den 80er Jahren die Polemik so eine große Rolle. Und diese Frauen, diese Gruppierungen benennen sie ja polemisch in alle möglichen Richtungen und miteinander vorzeigen. Während sich das dann in den 80er Jahren quasi abbildert, kälter wird und in die Netzwerklogik sich übersetzt, mit der wir eigentlich heute noch arbeiten, meiner Meinung nach. Also dieser quasi, es gibt keine Freundschaften mehr oder die gibt es niederschwellig. Jedenfalls ist das nicht etwas, womit man Front macht. Sondern eher diese losen, naja, eben Netzwerkzusammenhänge, die eben kühler temperiert sind. Und wo man im späteren Stück durchaus, weil es ist ja interessant, dass so eine Bahn durch die Grazie Institutionen nimmt, der auf die später noch zurückkommt. Ich weiß nicht, wie da eure Beobachtung ist. Also vielleicht auch Helene, mit dem historischen Blick auf das. Also ich weiß nicht, 90er, vielleicht ist es sogar interessant, die 70er anzuschauen. Ich glaube 80er, so eine Art Nachfolge, wo die Künstler sich das Gehör verschaffen. Das sind 70er Jahre durch die ersten Künstlergespräche und Interviews. Ich denke auch so ein Interview von Andy Warhol als Extremposition oder auch andere Künstler aus New York. Sie anfangen ihre eigenen Texte zu verfassen und eben auch eine Art Machtposition oder eben Gehörposition zu schaffen neben den Institutionen, neben den Kunstkritikern. Ich glaube in den 80er Jahren ist es so eine Art Weiterführung, wo die Künstler das wahrnehmen und aktiv auch kulturpolitische Sachen ansprechen. Das ist zumindest etwas, was Jörg Schlick eben aktiv gemacht hat und in seinen Rollen als Institutionsvertreter, entweder als Kulturreferent oder Kurator, war er durchaus gesamtkulturpolitisch kritisch, wie es in Österreich aufgestellt war, aber auch in Graz, als auch generell seine Position, also inwiefern kann man Kritik äußern, was kann man durch Kritik bewegen, sind das Ausstellungen, sind das offene Briefe, sind das provozierende Plakate. Ich glaube, er hat trotzdem schon damals genau dasselbe Netzwerk gepflegt, wie Künstler und Künstlerinnen das heute machen, dass er in Graz positioniert war. Es hat dann zum Beispiel auch Peter Weibel mal in einer Rede gesagt, ihm zu verdanken, dass Jörg Schlick in Graz geblieben ist. Das ist tatsächlich sehr wertvoll, was heute nicht so oft passiert. Viele österreichische Künstler und Künstlerinnen gehen jetzt nach Wien, weil es dort auch natürlich die Akademie gibt, um zu studieren, aber auch einfach mehr Chancen gibt, ein internationales Netzwerk zu schaffen. Jörg Schlick hat damals schon versucht, eben das Netzwerk nach Graz zu bringen. Das ist tatsächlich was vielleicht sich unterscheidet von heutigen Praktiken. Ansonsten hat er sowohl auch die Produktionsweise und die Kommunikationsart vorausgegriffen, die, finde ich, auch heute noch praktiziert wird und gar nicht so besonders sich unterscheidet. Also, ich habe durchaus ähnliche Erinnerungen an die 80er Jahre wie von dir angesprochen. Auch ich bin 1989 nach Wien gegangen, an die Universität, habe dort zuerst Medizin studiert, dann über die Philosophie auf die Angewandte gekommen. Und wir kennen uns auch entsprechend schon länger. Und ich habe allerdings ab Mitte der 80er, auch freundschafts- und familiär bedingt, bei Ausstellungen von Bleich Rossi als Gast teilgenommen, bei Forum Stadtpark, bei Kamera Austria, bei Stärischer Herbst und im literarischen Bereich, also so ab 15. und das war eben auch auf der einen Seite gerne gesehen und möglich. Also, das Umfeld hat das quasi auch unterstützt. Und auf der anderen Seite hat man die Stimmung quasi mitbekommen, wie du sie auch beschreibst. Also, das waren natürlich auch Szenen, das waren Gruppierungen, das waren Fragestellungen, die sehr intern gerichtet waren, um Begriffe wie Kontext, Konzept, das Verhältnis Kunst und Leben, etc., Bad Painting und, und, und. Also, es war eine Sprache gefordert, die sehr nach innen gerichtet war und die verkontrolliert war, weil das waren natürlich nur die Begriffe, die niemand angesprochen hat. Was angesprochen wurde, war das direkte Reden und das Schreiben darüber. Und das war wiederum fast eine literarische Form, eine gebrochene Form, die eher nach innen gerichtet war und es erlaubt hat, dass man eben an Begriffen gearbeitet hat. Dafür war ein Ort wie Graz günstig, weil überschaubar, ähnlich wie Köln im Übrigen, auch überschaubar, dadurch größer zwar. Und für Leute von außen war das natürlich auch hermetisch und für mich als Jugendlicher natürlich total, ja, das war klar. Allerdings habe ich die Zeit in den 90ern erlebt und in den Nullern danach. Und ich muss sagen, durch das Durcharbeiten der jüngeren Kunstszenen, Geschichte und so weiter, muss ich sagen, im Rückblick, sehe ich da einen durchaus höheren Grad an Komplexität und Fragestellungen, als ich ihn in späteren Szenezusammenhängen erlebt habe, ähnlich wie heute. Weil natürlich gibt es da nachfolgende Szenen, teilweise noch immer aktive, die sich aus der Zeit entwickelt haben, die quasi eine gewisse zweite Ebene der Dominanz vielleicht mit erkennen lassen. Aber es ist deutlich abgeflachter und es ist was da, was ein bisschen an Anything Goes erinnern lässt. Es wird so getan, als wäre alles durchlässig möglich und so weiter. De facto sind vielleicht die Szenen, weil nicht so erkennbar, härter und weniger durchlässig. Also, das wollte ich vielleicht ein bisschen in den Raum stellen. Naja, ich wollte ja deswegen fragen nach einer Einschätzung des Erbes von Jörg Schlegges, also das kann man von Jörg Schleg lernen unter Anführungszeichen. Weil Christian Nagler, das ist ja schon angesprochen, also man kann diese aktuelle Kunstwelt, die natürlich eine Netzwerkwelt ist, die nochmal anders ist als die der Neunziger, noch kälter würde ich sagen, natürlich auch in so eine Richtung verlassen wollen. Und es gibt so Eckpunkte an Jörg Schleg, die ich in die Richtung schon interessant finde. Und diese angesprochene Wärme ist eine Möglichkeit natürlich, also dass man ihn in kleineren Zusammenhängen ausstellt, also quasi an einem komplett durchprofessionalisierten Kunstbetrieb, vielleicht nicht unbedingt den Rücken zudreht, aber sagen wir das Profil. Und ein einzeln wichtiger Punkt, der mir in der durchgearbeiteten Biografie hinten aufgefallen ist, ist der durchgängige Nebenberuf. Also normalerweise ist der Nebenberuf das Zeichen des erfolglosen Künstlers, also des nicht erfolgreichen Umlucken Künstlers oder Künstlerinnen. Aber ich berufe mich jetzt auf den Katalog des Interessantes, dass Jörg Schleg an dem Nebenberuf bewusst festgehalten habe. Er war Lehrer an einer Berufsschule, später dann an der TU und später dann an der Fachhochschule Jörg Neum, um eben mit Unabhängigkeit gegenüber irgendwelchen Markt- oder Betriebs-, es gibt ja nicht nur Marktzwänge, sondern mehrere Märkte in der Kunst, also gegenüber irgendwelchen Betriebszwecken, Zwängen, nicht Zwecken zu haben. Ich fand auch interessant, dass er diese Funktionen, die er ausgibt hat, also zum Beispiel beim Steirischen Herbst oder dann auch beim Vorbestagpark, mit einer durchgängigen Temperierung mit den künstlerischen Projekten betrieben hat. Jedenfalls scheint das jetzt im Rückblick so. Und dann, wenn man seine Kollaborationen anschaut genauer, gibt es dann die offensichtlichen Rennen, also die unmittelbar, also man erkennt, da gibt es persönliche Sympathien und so weiter. Aber es gibt dann welche, die mich überrascht haben, und die, die mir besonders hängen geblieben ist, ist die mit seinem ehemaligen Erzieher aus dem Gymnasium, das er besonders als Gymnasium ist, nämlich Stift Rhein, ich glaube, das ist das älteste, das ist der Zenterstift da in der Gegend, heißt Hansjörg Bader, mit dem er 20 Jahre nach seinem Abschluss, der 69 war, 89 Sohar, jüdische Kabula, der ein Stück mit ihm gemacht hat, wo Bader die Regie geführt hat. Also solche feingliedrigen Zusammenhänge in einer Kollaboration sind natürlich ganz was anderes als so jetzt netzwerkmäßig gedachte. Und da fällt dann natürlich diese Loge rein, und eine Loge kann man ja mit ganz anderen Regeln gründen. Und aber die Form, wie ihr das seht, so dieses Modellhafte vielleicht, wenn man so will, an Schick. Also der Schlick war nicht Lehrer an einer Berufsschule, sondern der war Hausmeister an einer Berufsschule. Erzieher! 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 In Kleinstädten war das, ja? Erzieher! 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 Er hat aufgepasst in der Zeit, wo keine Lehrer im Haus waren, dass die Burschen da nichts anstellen. Und er fuhr da jeden Freitagnachmittag hin und war da Sonntag. Wir waren da auch mal. Meine ganze gesamte Künstlerschaft der ersten Galerie sind da hingefahren und nach drei Tagen haben wir uns was erschlagen. Aber das ist was anderes. Was ich sagen wollte, er hat das gemacht, weil er das Geld zum Leben brauchte. Und das war einfach normal, dass er das anständig macht und er hat das auch sensibel beantwortet und so weiter. Aber so eine Überinterpretation über den Nebenjob würde ich da jetzt nicht reingehen. Später wurde er dann an der Akademie oder an der Universität Graz im Bereich von Architektur. Bei Kuppel Winser, ja. Genau. Und das war alles auch mit Lehre verbunden. Aber das andere war eher so ein, ja gut, nennen wir es mal Erzieher. Na und? Haben Sie sich zum Beispiel darüber beklagt, dass Sie diesen Job machen? Das war ja total gut. Das war auch in Ordnung. Ich wollte das überhaupt nicht diskutieren. Ich sage, der hat einfach lieber diesen Job weitergemacht, um sich vielleicht gegen irgendwelche anderen Anbiederungen von Kunstmachern oder anderen entfernen zu halten. Das war total abständig und super okay. Nicht, dass das jetzt in die Falsche geht. Er war kein Lehrer. Trotzdem hat es sich durchgezogen, dass er auch später mit seinen Studierenden Ausstellungen gemacht hat oder mit den Projekten umgesetzt hat, die er wiederum als eigene Kunstwerke verarbeitet hat. Oder auch in der Zeit, auch als Erzieher, hat er schon die ersten so eine Art Präsentation oder Kulturtage organisiert, wo er auch jüngere Generationen integriert hat. Also das kann man schon behaupten, dass er die nachfolgenden Generationen berücksichtigt hat und immer involviert hat, auch in seiner eigenen Praxis. Ich finde es trotzdem, auch so bei der Lojim-Burge über Wärme zu sprechen, kann man sich darüber streiten, glaube ich. Es war nicht basisdemokratisch. Es waren trotzdem auch Vorlieben. Und viele wurden auch ausgeschlossen. Oder viele, die auch genommen worden sind und gar nicht drin sein wollten, konnten nicht mehr raus. Daher wäre man nur, weil man an eine Stadt gebunden ist. Und natürlich kann man dadurch ein langfristiges Netzwerk leichter aufbauen. Oder beziehungsweise hat der Jörg Strick sich darum gekümmert, dass auch eben Figuren aus seiner Jugendzeit oder Kindzeit, junge Erwachsene wieder auch später in seinen Werken vorkamen. Dennoch denke ich nicht, dass es ausgeschlossen ist, dass heute die Netzwerke anders funktionieren, auch wenn sie nicht in einer Stadt basiert sind. Und ich glaube, dass der Jörg Strick durchaus auch... Es waren wieder finanzielle vielleicht Probleme oder begrenzte Möglichkeiten, die ihm das nicht erlaubt hätten. Er war ja auch ganz früh in New York und wäre sehr gerne nach Köln gezogen. Er hat durchaus auch in dieser Szene teilgenommen, und sie vielleicht heute schon viel etablierter ist. Aber ich denke mir, man sollte nicht den Fehler machen, wie bei vielen Blicken zurück die Person primär über das Soziale zu denken, über ihre Ausstrahlung in Netzwerke, in Gesellschaften, in Politik. Vielmehr fand ich, und das war schon der zentrale Ansporn, dass wir uns mit Jörg Strick beschäftigt haben, das Werk als solches hochinteressant. Wir haben nämlich hier eine Figur, die aus den 70er Jahren heraus quasi durch unterschiedliche Materialentwürfe, durch unterschiedliche Medienzusammenhänge und durch unterschiedliche Formate ein konzeptuell serielles Werk aufgebaut hat, das über 30 Jahre stringent durchaus entwickelt wurde. Und im Besonderen in den letzten Jahren, bedingt durch eine bekannte Krankheit, nochmal hohe Intensität erfuhr. Dieses Werk fand ich als quasi Nachgeborener deshalb so wichtig und spannend für heutige Künstler und Künstlerinnen, weil wir genau die Vielfalt an Materialbegriffen, zusammenhängen und an einem Spiel damit erleben, die über den enger Begriff der billenden Kunst immer nach hinausweisen, die in den Bereich Soundart gehen, Literatur und so weiter, aber primär immer einen konzeptuellen Ansatz haben. Und wenn man sich dann einzelne Arbeiten und Serien durchsieht, spürt man das nahezu exemplarische Spiel auf einer Klaviatur, die einem Alphabet nahe kommt. Ein Durchspiel, das auch anhand zum Beispiel der Sequenzierung des menschlichen Genoms 2000 nochmal auf die Spitze getrieben hat, in dem er anhand von Millionen Optionen von Datenbasen, die quasi unser menschliches Leben nochmal nachzeichnen lassen und die in der FAZ über Seiten publiziert wurden, so ein Atlas von Wahrnehmung erarbeitet hat, der quasi über das Gesehene und eine Auswahl des Gesehenen im Bereich der Fotografie ihren Niederschlag fanden. Aber wir sehen auch zahlreiche Arbeiten, die extrem sensibel und fast prätentiös am Detail entwickelt wurden, dann wieder brachiale Gesten der Brüche und der Durchstöße durch die Kunstgeschichte, die er kannte, durch die Interessen der Gesellschaft, der Politik und der Kunst als solcher. Das Werk und die einzelnen Arbeiten haben für mich auch einen hohen Stellenwert. der Nächsten. Wie seht ihr das? Also jetzt? Ja, was soll ich da noch sagen? Das stimmt natürlich hundertprozentig und jetzt wäre es mal gemessen, ob in den nächsten, keine Ahnung, fünf, zehn, zwanzig, dreißig Jahren diese Behauptung sich verifiziert und ob die Arbeiten von Jörg Schlick dort landen, wo ich sie vielleicht sehen würde, nämlich nicht nur in den österreichischen Usien, sondern auch überregional und international. Und da muss man daran arbeiten und ich hoffe, dass wir es irgendwie hinbekommen. Soweit gibt es nicht wirklich große Abnehmer, nicht jetzt im Sinne von Kaufen, auch von Abnehmern der Ideen, die diese Sachen wirklich weiterbringen wollen. Also da ist ein Standpunkt erreicht, der mit eurem Super-Arkashmo und den Katalog der Ausstellung angefangen hat. Wir können da ein bisschen nachsetzen, aber gar nicht in dem Sinne. Jetzt müsste man hier irgendwie schauen, wie lebt man das weiter. Aber die Problematik ist ja, dass die Kuratoren da momentan kein großes Interesse zeigen. Und ja, wir schicken irgendwie dauernd was raus. Vielleicht wird es ja was, keine Ahnung. Christian. Ja. Let's keep human life. Wie bitte? Let's keep human life. Was? Lassenleben. Ja, ja. Ich bin dabei. Go ahead. Ja. Ich habe auch, ich meine Unfall, ich kippe es durch. Ich frage es so. Ja, ja. Ich habe mich in den Verkehrsland geraten, weil das ist natürlich was da passiert, in den Verkehrsland geraten. Okay. Okay. Entschuldigung. Ja, also gibt es von allen noch eine abschließende Bemerkung zum Werk? Also jetzt im engeren Sinne. Ja. 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 Kerl. Ja. 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 in Ausstellung arbeitet. Insofern ist es wirklich eine sehr interessante und natürlich eine sehr frohe Leistung, dass man ein Archiv dann zu BR aufbaut, ein Werkverzeichnis aufbaut, das nicht nur hier im Katalog abgebildet ist, sondern auch in einer Datenbank festgehalten ist. Und dann auch wieder durch Veranstaltungen und Textbeiträge von Dietrich Ziedrichsen, Martin Prinzhorn, Elisabeth Fiedler festgehalten wird, nicht nur die Werke von Jörg Strick neu zu bewerten, sondern auch die künstlerischen Praktiken und Methoden, die eine Rolle in Graz gespielt haben, in Österreich, aber durchaus auch Potenzial zeigen, sich damit auseinanderzusetzen und eben sie nachwirken und vielleicht auch das Vermächtnis dieser Arbeiten nachvollziehen zu können. Ja, schließlich haben wir 3800 Arbeiten neu aufgenommen, ein Werkverzeichnis erstellt. Viele dieser Arbeiten sind in Serien aufgegangen, aber jedes einzelne Platz wurde quasi katalogisiert und in eine Datenbank eingespeist. Was uns noch sehr gefreut hat und ich glaube, hier haben wir eine schöne Überleitung in den folgenden Abend. Albert Oehlen hat sich bereit erklärt, einen Remix von Musikarbeiten von Jörg Strick vorzunehmen, die er teilweise mit ihm selbst noch komponiert hat. In Zusammenarbeit mit dem kalifornischen Musiker Luke Calzonetti ist diese Schallplatte entstanden, die den Spirit der 80er quasi zumindest weit über die Nullerjahre hinaus erkennen lässt und eine wichtige Künstlerpersönlichkeit und ihren Respekt gegenüber Jörg Strick erkennen lässt von so manch weiteren. Gut, aber bevor ich jetzt mal los drücke, gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja, St. R 0,01-04. Jörg Strick, Lief, 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 Lief! Jörg Strick, Lief!